Servus Leute, ich bin heute am Chica Monster War und muss feststellen, hier gibt es eine Erlachse als ich dachte. Die kannst du direkt mit den Händen aus dem Wasser holen. Sie sind langsam vor sich her, vegetieren und scheinbar bald sterben werden. Das ist echt krass, ich spüre gerade hier mein Club mit Angeln. Unglaublich. Dahinsiechend. Wahnsinn. Okay, ich werde mal sehen, ob ich noch einen fangen kann. Ciao.